Der Club de Football Atlante oder kurz Atlante ist ein mexikanischer Fußballverein aus Cancun. Unter der Leitung des Vereins befindet sich in North Carolina ein Team mit dem Namen Atlante USA. Vereinsgeschichte Atlante wurde 1916 an der Ecke Valladolid und Sinalo in Mexiko statt von Trinidad Martinez, Arbeiter und Anführer von einigen Straßenjungs, gegründet. Zunächst nannten sie sich Sinalo, dann Lusitania und anschließend Tu-53 zu Ehren eines deutschen U-Bootes im Ersten Weltkrieg. Schließlich wurde aber der noch heute gültige Name Atlante gewählt, der auf den Atlantik zurückzuführen ist. Mit dem Erscheinen des CF Atlante in der Hauptstadtliga wurde ein neues Publikum in die Stadien gezogen. Nun waren die Tribünen bevölkert von Männern, die Arbeitsanzüge, Sandalen und Palmhüte trugen. Es war das einfache Volk. Los Pretitus, wie der Chronist Don Feckendusi nannte, formten einen echten Fußballclan, der sich aus der staubigen Ebene der Hauptstadt formte. Die kulturellen Unterschiede zwischen den Vereinen werden auch durch die unterschiedliche Art belegt, wie sie ihre Erfolge feierten. Während zum Beispiel die Engländer in der Frühzeit des mexikanischen Fußballs bei Feierlichkeiten Whisky bevorzugten, tranken die Azul Granas in der Stunde des Triumphes am liebsten ein gut gekühltes Bier. Die Milieuunterschiede zwischen den bedeutendsten Vereinen der 1930er Jahre aus Mexiko-Stadt werden auch vom Autor Carlos Calderón Cardoso bestens veranschaulicht. Die Bereiche des Parque Espanar waren perfekt abgegrenzt. Auf den sonnigen Plätzen fanden sich die weniger begüterten Schichten, wie die Anhänger von Atlante und Negaxa. Während die schattigen Plätze von den Fans bevölkert wurden, die sich die teureren Tickets leisten konnten, wie die Anhänger von Espanar und Asturias. Weiter schreibt Calderón in demselben Artikel über die Fans von Atlante. Eine der stimmungsvollsten Fanggruppen waren die von Atlante. Die Atlantistas schützten sich vor der Sonne mit den typischen Hüten. Punkt, Punkt, Punkt. Dass mit den Atlantistas keineswegs zu spaßen war, belegen die folgenden Zeilen ebenfalls aus der Feder von Calderón. Streitigkeiten auf der Tribüne waren selten. Eine der heftigsten trug sich am 17. Januar 1936 zu, bei einem Spiel zwischen Espanar und Atlante. Carreno, Publikumsliebling bei Atlante, war vom Platz gestellt worden. Das Volk auf der Sonnentribüne begann, Gegenstände auf das Spielfeld zu werfen. Flaschen, Münzen und Steine prasselten auf die Schattentribüne, auf die Spieler von Espanar und sogar auf den Schiedsrichter. Die Begegnung wurde für mehr als eine Stunde unterbrochen. Mehr als 100 Soldaten wurden aufgestellt, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Schließlich wurde Carreno von der Liga beschuldigt, das Publikum aufgehetzt zu haben. In den 1940er Jahren, als es die Mannschaft von UNAM noch nicht gab, CRUZ Asyl weder in der Hauptstadt noch in der ersten Liga spielte. Amerika noch nicht die Millionenzuschüsse von Televisa erhielt und die Metropole noch nicht von Millionenlandflüchtigen überflutet war. Genoss Atlante die höchsten Sympathiewerte des einfachen Volkes in der Hauptstadt und galt als echter Volksverein. Später schwand die Popularität des Clubs. Und es waren fast ausschließlich alteingesessene Einheimische, vorwiegend aus den nördlich und östlich des Stadtzentrums gelegenen Armenvierteln, die dem ursprünglichen Arbeiterverein die Treue hielten. Für den enormen Popularitätsverlust der letzten Jahrzehnte gab es zwei Hauptgründe. Zum einen wurde der Verein von einer schwachen Führung systematisch heruntergewirtschaftet. Zum anderen hat Mexiko statt einen enormen Bevölkerungszuwachs von Landpflichtigen verkraften müssen, der die Einwohnerzahl um ein Vielfaches ansteigen ließ. Diese neun Bewohner tendierten, sofern sie nicht bereits von einer anderen Mannschaft wie Z.B. Chivas Guadalajara, waren stets zu einem der großen drei Vereine der Stadt. So dass dem einst ruhmreichen Club Atlante kein Zuwachs beschieden war. Mit der Absicht, seine verlorene Akzeptanz zurückzugewinnen und seine inzwischen relativ klein gewordene Fanbasis wieder zu vergrößern, nimmt der Verein seit 1989 die Rolle eines Pilgers im mexikanischen Fußball ein. Denn seither war der Verein bereits in vier Städten und ebenso vielen Bundesstaaten beheimatet. Nachdem es den Verein zunächst für die Saison 1989-90. nach Querétaro im gleichnamigen Bundesstaat verschlagen hatte, wo er von der einheimischen Bevölkerung nie so richtig angenommen wurde und zu allem Überfluss auch noch abstieg, zog es ihn nach Mexikostadt zurück. Zu Beginn der Saison 2002-03 erfolgte ein erneuter Umzug. Diesmal ging es in die östlich der mexikanischen Hauptstadt gelegene Trabantenstadt Nesahua y Coyote im Bundesstaat Mexiko, wo der Verein das eigens für die WM 1986 errichtete Estadio de Nesa als Heimspielstätte nutzen durfte. Obwohl in dieser rasant wachsenden und äußerst trostlosen Vorstadt, in der inzwischen viele ehemalige Hauptstädter leben, die sich die hohen Mieten in der Metropole nicht mehr leisten können, noch ein Großteil seines eigentlichen Fanpotenzials wohnt, wurde der Verein auch hier nicht glücklich. Denn das Verhältnis zwischen dem Verein und seinem neuen Gastgeber der Stadt Nesahua y Coyote war problematisch und wurde mehrfach durch Dispute der beiden Parteien getrübt. Diese waren vermutlich der Auslöser für die Rückkehr nach Mexiko-Stadt während der Klausura 2004, hatte Atlante das dritte Heimspiel der Rückrunde. 2003, 4 Uhr morgens, 14. Februar 2004, gegen die UNAM Pumas noch in Nesahua y Coyote bestritten, fand das nächste Heimspiel elf Tage später gegen Veracruz wieder im Aztekenstadion statt. Das dem Verein aus früheren Zeiten noch bestens vertraut war. Sein bisher letzter Umzug verschlug den Verein im August 2007 in den mexikanischen Badeort Cancun im Bundesstaat Quintana Roo. Der Umzug dürfte hauptsächlich auf das geringe Zuschauinteresse zurückzuführen sein, das der Verein zuletzt in der Hauptstadt genoss. Trat man nämlich nicht gerade gegen einen der drei Stadtrivalen oder Mexikos populärsten Verein Chivas Guadalajara an. verirrten sich selten mehr als 3000 Zuschauer ins Aztekenstadion, in dem der Verein zuletzt Gastrecht genoss und seine Geisterspiele bestritt. Seine treue Fanbasis nimmt dem Verein den Umzug anscheinend nicht übel, denn wann immer Atlante Gastspiele in der Hauptstadt absolviert, wird die Mannschaft von ihren Anhängern zahlreich und stimmgewaltig unterstützt, so wie bei ihrem Auftritt gegen den CDCRUZ Asyl am 28. Februar 2009 auf dem Foto rechts. Erfolge Amateur-Ära-Meisterschaft 219311932 1940-1941 Pokalsieger 119411942 Super Cup 119411942 Profi-Ära-Meisterschaft Profi-Ära-Meisterschaft 319461947 1992-1993 11 2007 Pokalsieger 21950-1951 1951-1952 Super Cup 11951-1952 Konkakaf Champions Cup 11983 Konkakaf Champions League 12009 Die Meistermannschaften Die Nennung der Spieler aus den beiden Meistermannschaften der Primär-A-Fürzer sowie der ersten Meistermannschaft der Primär-A-Division erfolgt in alphabetischer Reihenfolge Die der Meistermannschaft von 1992-93 gemäß Reihenfolge bei RSSSF und die der Meistermannschaft von 2007 gemäß Reihenfolge bei terra.com.mx Saison 1931 32 Gafiasi Manuel Aguilar El Bail Aaron Juan Carino El Trompito Manuel Galán Rafael Guillán Lapis Pesquet Paco Islas Dionisio Nijo Mejia La Marana Olivares Lenacha Olivares Agustin Pérez El Compadre Fernando Rojas Patadura Felipe Rosas El Diente Manuel Rosas Chaketas El Boraccio Segura Saison 1941-41 Raul Estrada Benjamin Alonso Ignacio Calavera Avila Jose Margarita Gutierrez Alfredo Hidalgo Jose Antonio Hütt Carlos Laviada Alberto Caballos Mendoza Antonio Peluche Ramos Marti Ventura Leonardo Gianclas Zamudio Trainer Luis Grosch Saison 1946-47 Federico Villa Vikencio Salvador Arizmendi Horatio Casarin Jose Margarita Gutierrez Alberto Medine Rafael Mesa Matteo Nicolau Antonio Peluche Ramos Roberto Roberto Carone Miguel Angel Segura Marti Ventura Zum Meisterkader 1946-47 gehörte ferner der spanische Torhüter Gregorio Blasco Trainer Luis Grosch Saison Saison 1992-93 Felix Fernandes Alan CRUZ Jose Guadalupe CRUZ Wilson Edelberg Granuletti Miguel Herrera Thomas CRUZ Ricardo Camacho Pablo Javier Robles Victor Manuel Cosio Maurizio González Raul Arredondo Petro Fernando Massas Sisi Guillermo Cantu César Suárez Manuel Necrote Roberto Andrade René Isidoro Garcia Claudio Daniel Brizuela Gaspar Cisneros Norberto Anzürna Jose Eduardo Pevs Jose Luis Navarrete Mario Garcia Kovayas Luis Miguel Salvador Daniel Guzman Jorge Salas Raul Gutierrez Daniel Lecona Salvador Patino Sergio Nelson González Trainer Ricardo La Volpe . Epitchere 2007 Federico Villa Javier David Munoz Alan Miguel Zamora Daniel Alcantar Fernando López Clemente Ovalle Mario Alberto Hernández Gerardo Oma Castillo Arturo Munos Jose Joel González Alencon Christian Bermudez Gabriel Per Andres Karavich David Toledo Fernando Herrera Giancarlo Maldonado Jose Daniel Guerrero Jose Maria Cadenas Edwin Borboa Jose Omar Cervantes Trainer Jose Guadalupe Cres ppcruz Thanks Vielen Dank.